Es sind nur Bilder, aneinander geschnitten. Alles ist gespielt, alles ist reine Fiktion. Doch trotzdem können wir es bei unseren Lieblingsserien nicht erwarten zu erfahren, wie es weitergeht. Wir rennen abends nach Hause, um sie zu sehen. Wir trauern, wenn jemand stirbt. Wir sind gebannt bei einem Cliffhanger. Doch je abhängiger wir von einer Serie werden, je stärker wir sie lieben, desto verletzlicher werden wir. Zirkus Halligalli präsentiert Wann immer du eine Serie schaust Das Breaking Dead Staffel 5? Ja, klar, es ist bei der 4. Das heißt, du weißt noch gar nicht, dass Hank und Mann... Noch zweite Staffel. Da wissen die ja immer noch gar nicht, dass die auf der... Bei The Walking Dead, ne? Da überleben ja jetzt auch nicht alle. Werden dir früher oder später... Also in der fünften Staffel ist es ja so, das Wort... Da glauben die immer noch, dass die auf einer ganz normalen Insel sind. Irgendwelche Arschgeigen. Ich sag nur, die Sopranos, eine der besten Serien aller Zeiten. Aber in der dritten Staffel... Alter, nichts verraten. Was? Du hast die letzte Folge von Six Feet Ander noch nicht gesehen. Ach komm schon, eine Kleinigkeit werde ich dir doch heute erzählen dürfen. Die entscheidenden Szenen verraten. Bei Breaking Bad sterben folgende Person. Was mich hier bei The Wire stört, ist, dass sie mir fest... Das ist keine Wahlkirche. Die sind ja wirklich kreischen Schlüster. Bei Homilie ist der kein Verletzscher. Ich muss das verkriechen. Ich muss dir das einfach verraten. Jetzt bringt sie etwas zum Schweigen. Der Spoiler. Hank und Marie und so, die werden alle... Für jedes verratende Geheimnis verteilt er... Eine Schelle. Da glauben die ja immer noch, dass die auf einer ganz normalen Insel... Der Spoiler. Gleich in der ersten Staffel, das ist so krass, sie gehen da in das Lagerhaus gemeinsam. Er ist schnell. Ja, die letzte Folge, pass auf. Also. Er ist unberechenbar. Er bringt dich zum Schweigen. Ist mir egal, ob du es gesehen hast oder nicht. Auf jeden Fall werden alle zusammen... Du hast nicht mal die erste zu ihr angeguckt? Du weißt nicht, wie die erste Staffel ausgeht? Boah, das muss ich dir jetzt einfach erzählen. Also wenn... Der Spoiler. Halt dein Baul. Dann kommt der Spoiler.